Hallihallo, ich grüße euch. Heute präsentiere ich euch dieses Forever Produkt und zwar es geht einfach um Forever Fiber. Also das ist ein Lebensmittel zur Ballaststoffversorgung und es ist einfach gut für unsere Körper. Also weil unser Körper braucht einfach Ballaststoffe und von daher ist es einfach sehr gut. Forever Fiber ist ein Lebensmittel zur Ballaststoffversorgung, wie ich eben gesagt habe. Und wie sind Ballaststoffe, stellen einen unfetzigbaren Teil der täglichen Nahrungsaufnahme dar. Also es wird empfohlen täglich 30 Gramm Ballaststoffe also zu sich zu nehmen. Also und von daher, wenn wir uns nicht so, wenn wir wirklich nicht so viel Zeit haben, um einfach das im Brot oder in Vollkorn Sachen einfach anzunehmen, dann haben wir auch die Möglichkeit, diese Forever Fiber einfach jeden Tag zu essen und es wird einfach gekompensiert. Also und es ist einfach ideal für Menschen, die ihre Ballaststoffbedarf nicht über die reguläre Nahrungsaufnahme decken können. Also wie gesagt, ich habe euch schon erklärt, was es ist und von daher, ja, holen Sie sich das und testen Sie mal, wie es ist und es wird einfach kürzt. Sehr, sehr lecker für euch. Ich freue mich auch, was ich so mit euch zu tun.